Spider-Man, Spider-Man, does whatever a Spider can. He spins a web, any size, he catches thieves, just like lies without. Here comes the Spider-Man. Guten Abend, Peter. Hallo. Du hast 78 Web-Shooter-Kombinationen. Ricochet, Netz! Ah, Netzgranate. Spider-Man Homecoming. Zum dritten Mal kriegen wir ein Gesicht für Peter Parker. Zum dritten Mal kommt eine neue Spider-Man-Reihe in die Kinos. Aber zum ersten Mal kriegen wir keine Origin-Story erzählt. Wir müssen uns nicht wieder anschauen, wie Onkel Ben erschossen, Peter von einer radioaktiven Spinne gebissen wird und er seinen Anzug selber baut. All das ist bestehende Vergangenheit. Diese Sachen sind passiert, werden aber nicht großartig thematisiert. Der Fokus des Films liegt nicht darauf, zu erklären, wie all das passiert ist und wie Peter damit umgeht. Nein, der Film konzentriert sich auf einen schusseligen Teenager, der versucht, in der Welt seinen Platz zu finden. Der Krampfhafte versucht, sich zu beweisen, ist das, was den Film vorantreibt. Haben Sie mich gefunden? Haben Sie mir einen Sender in den Anzug gepackt? Ich habe alles in deinen Anzug gepackt, inklusive dieser Heizung. Das ist auch der größte Unterschied zu seinen Vorgängern. In Spider-Man und Amazing Spider-Man hatte Peter keine Konkurrenz. Es gab keine anderen Superhelden, die große Jobs erledigt haben. Er war da und hat die krassesten Sachen gemacht. In Homecoming muss sich Peter mit der kleinen Drecksarbeit zufriedengeben, hat aber das Verlangen nach mehr. Oh, ich habe diese alte Frau geholfen und sie hat mir einen Churro gekauft. Also, das war schön. Somit ist auch die Verbindung zum MCU super gelungen. Und, keine Sorge, Iron Man ist nicht der Co-Star von Peter. Doch was wäre ein Spider-Man-Film ohne kranke Bösewichte? The Vulture, gespielt von Michael Keaton, ist kein Bösewicht nach dem Motto Seine Motive, warum er so handelt, wie er handelt, sind nachvollziehbar und verständlich. Es fügt sich, wie gesagt, super in die Geschichte des MCUs ein. Tom Holland als Peter Parker ist die beste Wahl bisher. Dieser Peter hier orientiert sich mehr an den Comics als die bisherigen. Ein 15-jähriger Junge aus Queens, der noch eine ganze Weile zur Schule gehen muss. Man merkt, dass dieser Peter hier noch ziemlich kindisch und auch noch relativ schüchtern ist. Was diesen Film auch noch von den anderen Spider-Man-Reihen abhebt, sind neue Charaktere. Es gibt keine Gwen Stacy oder eine Mary Jane. Es sind neue Charaktere, die es so noch nicht gab. Als ich in den Film gegangen bin, dachte ich, ich wüsste schon alles, da die ersten zwei Trailer ja schon relativ viel verraten haben. Doch die meisten der Szenen waren innerhalb der ersten Hälfte des Films aufgebraucht. Somit gab es noch genug Neues und Unerwartetes. Gib mir den Anzug zurück. Aber ich bin nichts ohne diesen Anzug. Wenn du nichts ohne ihn bist, dann solltest du ihn nicht haben. Der Film überzeugt im Großen und Ganzen durch Humor, jeder Menge Easter Eggs und Anspielungen und vor allem doch einen super Spider-Man. Doch mein einziger Kritikpunkt, es gab für mich zu viel Spider-Man statt Peter. Ich hätte mir gerne noch länger das Spiel zwischen Peter und seinem Kumpel Ned angeschaut. Das private und chaotische Leben des Peter Parker. Nein. Oh, du magst es. Ich kann nicht nach Deutschland gehen. Warum? Ich habe Arbeit. Mein Fazit, neun von zehn Punkten und Spidey ist endlich zu Hause angekommen im Marvel Cinematic Universe. Hey, May, wie geht's Ihnen? Was haben Sie an? Ich hoffe doch, was knackiges. Vergiss, es war geschmacklos. Okay, nochmal von vorn. Kannst du rausschneiden. Ich weiß, es war sein, dass Sie nicht mehr applause können. Okay, maybe so machen Sie ein. Also, ich hoffe, es kann nicht nach einem Zeichernraten. Okay,'m top4heller. Das ist jetzt nicht mehrloop. Las odds Anspielern doubts. Vogel ganz lernen, Von meiner pasl depreciation sollte Applicennuss